Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Ob Ortschaftsrat oder Bundestag rechtsradikal, bleibt rechtsradikal. Für Christdemokraten sind Rechtsradikale immer Feind. Da sagte die Vizepräsidentin des Bundestages und CDU-Präsidiumsmitglied dazu, dass ihr CDU-Parteichef Friedrich Merz das hier nämlich sagte. Es ist in Sachsen-Anhalt in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Dabei bezog sich Friedrich Merz auf die AfD im ZDF-Sommerinterview. Auch der neue CDU-Berlin-Bürgermeister Kai Wegner meldete sich sehr kritisch zu Wort zu Friedrich Merz' Aussagen. Ihr Zitat, die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da Zusammenarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist. Und wie viele weitere CDUler machten deutlich, dass es für sie keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Auf keiner politischen Ebene. Weder im Bundestag, im Landtag oder auf kommunaler Ebene. Beispielsweise auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der ja auch gegen Merz als CDU-Parteichef mal antrat. Oder auch der CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Zitat, die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab, egal auf welcher politischer Ebene. Denn die AfD ist demokratiefeindlich recht extrem und spaltet unsere Gesellschaft. Tja, ob Friedrich Merz mit so viel Gegenwind aus vielen Ecken seiner eigenen Partei gerechnet hat, das wissen wir natürlich nicht. Aber es veranlasste ihn auf jeden Fall dazu, auf Twitter zu all dem zu reagieren. Zitat, um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Huiuiuiui, also einiges los bei der CDU gerade, einmal mehr. Und in diesem Video schauen wir uns deshalb mal an, was wir aus diesem Vorverlernen können und was es uns verrät über die Zukunft, vor allem was es uns verrät über die nächsten zwei Jahre bis hin zur Bundestagswahl. Also, auf dem CDU-Deutschland-Parteitag am 8. Dezember 2018, wir reisen ein wenig zurück in der Zeit, beschloss die CDU damals das hier. Die CDU Deutschlands lehnt Koalition und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab. Eine Zusammenarbeit wäre nicht nur ein Angriff auf unsere Identität und ein Verrat an unseren christdemokratischen Werten, sie würde auch unser wichtigstes Gut beschädigen, unsere Verlässlichkeit und unsere Glaubwürdigkeit. Und weil dieses Thema der Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU und CSU schon seit Jahren im Raum steht und vor allem auf kommunaler Ebene oder Landesebene immer und immer wieder für die Union zu einem Problem wurde, hielt es das CDU-Präsidium kurz vor der Corona-Pandemie am 7. Februar 2020 nochmal für nötig, die Position gegenüber der AfD zu bekräftigen. Hier, das sagte die CDU damals kurz vor der Corona-Pandemie, als übrigens noch Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende der CDU war. Zitat, für die CDU Deutschland gilt, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder in direkter noch in indirekter Form. Weiter schrieb die CDU, zwischen Union und AfD kann es nur klare Kante und schärfste Abgrenzung geben. Und eben genau aus diesen Gründen, genau wegen dieser Haltung, bekommt Friedrich Merz gerade richtig viel Konter aus den eigenen Reihen. Weil eben diese Aussage hier, Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Der Auffassung von vielen Kritikern eben wenig mit schärfste Abgrenzung und wenig mit klare Kante zu tun hat. Zugegeben, man muss dazu sagen, dass die größte Kritik von denjenigen in der CDU kommt, die ohnehin nicht die allergrößten Befürworter sind oder waren von Friedrich Merz. Aber als Friedrich Merz zum CDU-Parteischaf wurde, war auch er es, der sagte, Zitat, mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Oder auch die Landesverbände, vor allem im Osten, bekommen von uns eine glasklare Ansage. Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Was wir aber aus Merz' Aussage und den Reaktionen lernen und sehen können ist, dass der Richtungsstreit innerhalb der CDU-CSU nach wie vor da ist. Denn einer der Hauptgründe für die Partei intern Querelen ist die Frage nach der Ausrichtung der CDU. Es gibt eben innerhalb der Partei vor allem jetzt mal zwei Lager. Ein konservativeres und ein eher sozialer eingestelltes Lager. Das konservativere ist stärker wirtschaftsliberal und werteorientierter. Und das sozialere Lager ist das, was eine stärkere soziale und ökologische Ausrichtung will. Nicht umsonst hat die Partei unter der ehemaligen und gerade eben kurz erwähnten Ex-Parteischafin Annegret Kramp-Karrenbauer auch veranlasst, dass sie sich komplett neu aufstellt und aufstellt mit einem neuen Grundsatzprogramm. Und da sitzt die CDU ja jetzt ja schon seit ein paar Jahren dran und es dauert noch ein bisschen, bis es auch fertig ist. Übrigens, in einem meiner vorangegangenen Videos habe ich erklärt, warum gerade in Bezug darauf Philipp Amthor auch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Das Video dazu findet ihr auch im i oben hier verlinkt. So und dieser Richtungsstreit, der sich natürlich auch in Personen und Politikern manifestiert, der wurde, wir erinnern uns mal zurück, zu dem Problem bei der Bundestagswahl 2021 für die Union. Wie umgehen mit der AfD? Wie stark sich gegen die SPD, gegen die Grünen positionieren? Denn der Merkel-Kurs, den konnte man ja nicht mal weiterfahren. Merkel war ja weg, logischerweise. Ich meine, über Jahre hinweg musste der Richtungsstreit innerhalb der CDU nicht unbedingt geführt werden. Vor allem, weil Angela Merkel da war und sie der Union immer wieder Erfolg sozusagen ins Haus spülte. Aber jetzt sind wir bei fast zwei Jahren Ampel mit so zahlreichen weltpolitischen schwierigen Themen und viele konzentrieren sich eben auf die Arbeit der Ampel und auch innerhalb der Union hatte man das politische Feindbild ausgemacht, ausgemalt, gegen was man sich eben zusammentun, zusammenraffen konnte, die Ampel. Doch wie man jetzt genau in Zukunft mit der AfD umgehen soll, mit wem man eigentlich noch zusammenarbeiten will und kann, gerade wenn man gleichzeitig auch die Grünen als Hauptkonkurrenten betrachtet, das wurde einfach übertüncht, also über die letzten zwei Jahre hinweg, in welchen man sich auf andere Themen konzentrieren konnte und wollte. Und diese Fragen zu beantworten, wird für die Union wichtig sein vor der Bundestagswahl 2025. Wer wird denn Kanzlerkandidat? Vielleicht Hendrik Wüst, mit dem ich übrigens auch schon ein Interview gemacht habe, was ihr hier oben rechts im I verlinkt findet. Oder wird es Merz oder wird es Söder? Es klingt alles so pathetisch, aber diese kleine Aussage von Merz im ZDF-Sommerinterview und die Reaktion darauf, die zeigen eben genau diese Problematik einmal mehr auf und zeigen, die Union hat das Problem einfach nicht gelöst. Noch nicht gelöst. Es gibt aber auch zu dieser Position andere Meinungen. Zum Beispiel der ARD-Hauptstadt-Korrespondent Gabor Hallersch schrieb zu diesem Beispiel, also zu der Aussage von Friedrich Merz, das hier auf Twitter. Natürlich werden alle Parteien auf kommunaler Ebene mit einem Landrat oder Bürgermeister zusammenarbeiten müssen. Nicht nur die Union. Wer was anderes sagt, lügt sich in die Tasche. So bitter es ist, mit einem Bürgermeister oder Landrat nicht zu reden, wird Wähler vor den Kopf stoßen und eher der AfD helfen. Wahlergebnisse gehen nicht weg, wenn man sie ignoriert. Besser nach den Gründen fragen. Wenngleich viele aber hier auch wieder sagen, aber genau das ist ja die Verwischung dieser Grenzen. Aber zusammengefasst, je näher die Bundestagswahl rückt, je näher auch Landtagswahlen rücken, desto eher wird sich auch die CDU, CSU mit diesem Thema wieder beschäftigen müssen. Und 2024 soll ja bereits das neue Grundsatzprogramm der Partei vorgestellt werden, anhand wessen dann ja auch die Bundestagswahl 2025 bestritten wird. Das heißt, das Thema wird jetzt eben sehr akut werden. Und ich meine, wir finden uns in der Sommerpause aktuell und die Arbeit wird erst im Herbst wieder so richtig aufgenommen. Das heißt, die Zeit rennt. Und die Zeit rennt vielleicht, vielleicht auch nicht für euch. Für die Kommentare schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Thema zu Friedrich Merz, zu dieser Aussage unten rein. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt, aber wie immer bleibt respektvoll. Und hier geht es weiter mit einem anderen Video von mir. Danke euch fürs Zusehen, euer Marvin und bis dann.